Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Weiter, weiter! Weiter, weiter! Hoch! Jetzt! Oh! Schass, der Liegelastet hat! Nein! Ja, komm! Da muss der Einer hoch! Oh, schön! Oh! Hey, hey! Auf! Ostern, der ist ja gerade abseits! Hier ein bisschen mit dem Sitz! Jawohl! Ries! Jawohl! Ja, so geht's auch! Wenn die Sonnenschein, kann jeder das mal stehen! Ja! Ja! Geh vorbei und schieß! Ja! War gut, war gut! 24, 16! Schießkolle! Ja! Ja! Ja, ja! 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 Ja, ja! 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 Eieieiei! Was ist das denn? Eieieieiei? Eieieiei! Eieieieiei! Ich habe das noch echt nicht gesehen. Kommen wir jetzt den Tor auch! Mach ihn jetzt! Eieieieiei! Wer man dieses Mal verdient hat, abzuschreien. Dann hätten wir nichts. Ja, komm her! Ah, okay, er hat seine ganze Aussage schon mal revidiert. Wer immer. Schon mal klar. Der Hecker geht gleich auf. Die Kaffee ist besser. Die ist auch besser, glaube ich. Alle, 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 alle! Ach, sieh mich. Boah, ey, ey, ey! Oh, jetzt noch nichts! GOOOOOOOR! GOOOOOOOR! Jetzt noch ein Excusion! Mann und Mann und Mann! Vor denen hat er auch schon jemand gekauft. GOOOOOOOR! 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 WOOOOOOOOOOOR! G페inental DF hotel. G mano? GEDA Shudda! Ja, danke. So was du gefippen hast, unter der Kanone. S.A.D.